Ich bin heute ein bisschen schreckhafter als uns, glaub ich. Nice. Dann hat der Streamer zu lachen. Und ich auch. Hehe. Hehehe. Was siehst du? Nen Mann mit ner Kiste. Vor nem Boot. Brad. Ich bin Alex. Ich bin Brad. Ich bin Alex. Ich bin dein Bruder. Ich bin auch dein Bruder. Cool. Unschuldig. Du bist unsicher. Nice. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie's geht? Scheiße, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Äh. Ja, ich sag mal nix. Ja, ich konnte gar nicht. Was für ein Asi. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind... Tja, also... Alle beide stinkreich. Und? Rigg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Dankeschön, Osayali. Dankeschön, dankeschön. Du bist mein Bruder, aber ich mein so wie Kumpels, weißt du? Ähm, ja schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Alter, was bist du? Okay, Amigo. Die Körnerie ist nach. Du gut. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia. Dankeschön, zu kommen. Das ist echt hart. Danke schön. Hm. Die Augenhelme, die sich immer bewegen. Ist ja schon zwei Wochen her. Hä? Die Scheißhandy. Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah. Dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Yeah. So eine kleine Kiste Bier, passt ja nichts rein. Das sind Amis. Das ist sowieso nur Wasser mit Bier geschmackt. Ich wollte mal deine Meinung. Klar, zu was? Nice front. Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Hey! Oh, ich mag sie nicht. Das ist meine Freundin. Ja, ich mag sie nicht. Konrad mag ich mehr. Er ist tollkühn und entspannt. Oh, geil. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's? Conrad. Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon. Hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gehört. Hey. Lust auf ein Bierchen? Hm. Ich mag sie nicht. Klar. Äh, cool. Super. Ich liebe Bier. Ich bin so awkward. Jesus. Ich liebe Bier. Guter Mann, Bradicle. Mordsmast hast du da. Mast tief. Ruiniessen. Bist du schon mal getaucht? Hä? Das ist so ein weirdes Gespräch gewesen. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Ich wurde gerade Jass Wasserjungfrau genannt. Weil ich noch nie tauchen war. Meine Freundin findet mich wirklich nicht cool. Oh. Die mag ich. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem. Aber, äh. So, alle an Bord und bereit abzulegen? Ähm, wenn es dir recht ist, Captain. Alter. Die hat ja auch richtig Bock auf ihren Job. Ja. Die hat richtig Bock. Ich hätt' das Bier nicht nehmen sollen. Ganz genau. Lass alles raus. Scheiße. Willst du dich mal hinlegen? Ja. Ist ne gute Idee. Scheiße. Oh Mann. Ich hatte die Entscheidung. Und ich wollte cool sein. Und hab das Bier genommen. Hm. Wie wär's hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich such bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich hab noch nie von eurem Braten gehört. Normalerweise will ich... Alter, Walter. Sieh mal einer an. Das hier ist anders. Alex. Komm her. Ich glaub, da ist etwas. Was? Naja, doch. Brad weiß Bescheid. Das Rack muss hier sein, wenn er es sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich mein ja bloß. Das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Sehen und staunen. Ich würd' da nicht runtergehen. Brad's Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten hier ganz wichtig... Was hoffen sie da zu finden? Da ist ein Flugzeug. Ich weiß es nicht. Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Äh. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. True money. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Hm. Dankeschön. Keksus Kuribert der Erste. Danke für den Sub. Das ist sehr lieb. Viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also. Wen juckt's? Leute, hört mal. Ich glaube, wir sollten auf unseren erfahrenen, hübschen, schlauen und hübschen Kapitän hören. Alter. Conny, bitte. Du bist nicht zum Abschleppen hier. Warte. Was? Nee, nee, nee. Nee. Ich meine, sie hat recht. Nicht, weil sie hübsch ist. Alter. Ich meine, sie ist... Das ist unangenehm. Warum spiele ich zwei so unangenehm? Charaktere. Hör mal. Wir haben dich bezahlt. Großzügig. Wir tauchen. Du bist der Kunde. Aber wenn was schief geht. Warum sagt sie das immer? Du bist der Kunde. Ich hatte kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Naja, weil wir dafür bezahlt haben. Ja, aber das sagt man doch nicht. Naja, wenn du keinen Bock hast auf deinen Job schon. In ein paar Minuten solltet ihr runterkommen. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs, checkt nochmal alles. Zähl dir mal die Kamera an, ob da was brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Mach mal das. Mach mal dies. Mach mal jenes. Okay. Klar, ich habe auch keinen eigenen Willen. So, jetzt kann ich mir die Sachen angucken. Ich mag deine Freundin nicht. Okay. Wie okay? Mach Schluss mit ihr. Nein. Klar. Ich finde sie unsympathisch. Kann ich hier einen Fan lassen gucken. Ist da nix. Da ist was. Hey, da war was. Ist was. Hey, sis. Mhm. Hey, Connie, wie läuft's? Mhm. Wann ist da... Jetzt hier rauszoome. Oh, nichts als Arbeit. Ich dachte, wir wollten uns auf diesem Trip erholen. Du hast doch noch nie gearbeitet. Wie bitte? Was ich mache, ist harte Arbeit. Ohne Erfolg. Ja, du musst wissen, wie das Kreislaufgerät funktioniert, wenn du morgen tauchst. Bla, bla, bla. Egal. Mal ehrlich? Ich bin grad nicht so happy mit El Capitan. Hey, sie ist okay. Sie hält sich einfach nur gern an Regeln. Sie ist ein Miststück. Hey, hör mal. Sie geht ja nicht mit dir da runter, also kann sie dich auch von nichts abhalten. Connie, lass bei Fliss mal deine übliche Masche. Fahr deine erbärmliche Anmache mal ein wenig runter. Was? Erbärmlich? Ich quatsch dir sogar die Fische aus dem Wasser. What's up? Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Klasse. Ich lehne mich zurück und genieße ein bisschen die Aussicht. Und mit Aussicht meine ich unseren Capitan. Ich schalte auf Spannermodus. Jetzt. Ja, schon klar. Hey, bin bloß ehrlich. Und eklig. Warum spiele ich zwei so ekel Pakete? Ich mach die Ausrüstung gleich starten. Das ist so unangenehm. Ich geh mal runter, gucken nach dem Dude. Ja, müde dich mal bitte. Alter, wie er in den Arsch kriecht. Das Bier hätte ich besser gelassen. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Hasta la vista. Ja. Ich komm nach dem... ...schweigotzen. Wow. Das ist voll daneben. Die Regeln hier draußen gibt es nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Von Red ist hier wohl der Einzige, der sich an irgendwelche Regeln hält. Okay, Schrank. Was versteckst du vor mir? Interessant. Was ist das? Ich schau mir einfach fremde Dinge gerade an. Shroud of Innocence. Okay. Nee, nee. Über den Käpt'n lässt er da. Solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle. Das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Ich mag den Käpt'n. Warum jammerst du unseren Käpt'n an? Ich jammer nicht. Sie jammert. Ja, du bist nur am Reinschleimen von deiner Freundin. Ja, und? Lass bitte die Finger von Geräten, von denen du nichts verstehst. Lass das mal besser in Ruhe. Es gibt unten Vorahnungen. Hast du die gefunden? Ich bin noch nicht so lange unten. Ich guck gerade erst. Ach so, du bist erst runtergegangen. Komm, rede mit mir. Ich glaub, Julia hat echt alles eingefragt. Oh, Käpt'n. Mein Käpt'n. Die Regel hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Zumindest du hast mich respektiert. Naja. Wenn du der Einzige von denen bist. Ach ja. Entschuldige. Meine Schwester wird gerne mal... Anstrengend? So kann man's auch sagen. Hier gelten Gesetze und Bräuche. Denen gebührt Respekt. Es geht. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Sorry, das... Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Wracktauchen ist voll mein Ding. Ich bin zu Hause der Experte. Ach ja? Warum ignorierst du dann die Regeln für unregistrierte Wracks? An euch alle. Das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Was haben wir denn hier? Sprachlos? Die Maschen warten auf euch! Na, ich jetzt aber auch. Weißt du was? Egal. Mach, was du willst. Du willst ja eh nicht auf mich hören. Aber wenn du einen Teil aus dem Brat mitnimmst, sind wir alle Kriminelle. Was maulst du die Kapitänin an? Also eigentlich hab ich nichts gesagt. Ich war sprachlos. Sie auch. Sie hat ganz schön viel geredet dafür, dass sie sprachlos war. Sie hat gesagt, dass sie sprachlos ist. Wobei, wenn man sagt, dass man sprachlos ist, dann hat man ja eigentlich auch was gesagt, ne? Die Weisheit. Okay. Also ich glaub, ich hab... Na, nein. Ich hab noch nicht alles durch. Hier ist ein zweiter Punkt. Und ich... bin mir nicht sicher, wie ich den erreichen soll. Hier ist einer und dann ist dahinter noch einer. Habt ihr das gesehen, Chat? Bin ich doof? Oder ist da mit sie gemeint als Punkt? Ich glaube, das war... Hm... Ich glaub, das ist... Hier ist nichts mehr. Ja, ich glaub, das ist ihr Punkt. Aber du hast dir noch dieses Ding hier angeguckt, ne? Das hab ich mir angeguckt, ja. Und dann hat sie mich angepöbelt, dass ich das nicht sachen soll. Aber ich muss, glaub ich, noch mit meiner Schwester sprechen. Okay, also... Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse! Na bitte nicht ins Ohr schmatzen. Okay. Entschuldigung. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Check erst mal dein O2. Oh, ihr zwei geht runter. Wie läuft's? Tauchen die jetzt oder nicht? Geht gleich los. Also gut, Kinder. Ab die Post. Schon mal benutzt? Vergesst bitte die Regeln nicht. Du filmst, ich sag, wo's lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Alter. Sieht richtig cringe aus auf dem Bild. Ich bin so froh, dass ich nicht ins Wasser muss. Jetzt tauchen. Viel Spaß. Ich hasse in Horrorspielen so Wasserlevel. Das ist kein Horrorspiel. Doch. Nein. Doch, klar. Nein. Also hast du keine Angst davor, jetzt ins Wasser zu gehen? Nö. Ja, dann viel Spaß. Mhm. Genieß es. Ja, ich müde mich. Okay. Nee, ich muss nicht mit rein. Ein Team geht runter, ein Team ist auf dem Boot. Und ich bin auf dem Boot. Hallo, Chindana, willkommen zurück. Kann man eigentlich frei wählen, wie man spielt oder gibt es nur Seite A und B? Es gibt Seite A und Seite B und du kannst halt überlegen, ob du A oder B spielst. Das hat schon Gründe, warum das so aufgeteilt ist. Oh, ich bin die Kapitänin. Nein, ich muss runter. Haha. Nein. Oh, das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Nein. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eine Luke, da kommen wir durch. Und ich hab noch so hämisch gelacht, ne? Hey, Vorsicht. Kann gefährlich sein. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ich will einfach so schnell wie möglich wieder hoch. Ich hasse so Unterwasser-Level. Ich find das richtig unangenehm. Julia, stopp. Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ist vielleicht zu gefährlich. Ich will die Charaktere nicht töten. Unter Wasser. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiegt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Schwimmst du auch im Real Life nicht gerne? Hast du Angst vor dem, was unter dir sein könnte? Nee, im echten Leben bin ich voll entspannt. Ich hab sogar den ersten Tauchschein tatsächlich. Aber ich mag Horrorspiele und Wasserlevel nicht. Weil ich das ultra gruselig finde. Also mir geht es wirklich um so Horror im Wasser, den ich widerlich finde. So was finde ich ganz schlimm. Ihr hält was fest? Oh, ich finde das richtig gruselig gerade. Sehen wir nach. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hätte mich fast vollgepinkelt. Ist doch schön warm. Yeah. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja, ja, ja. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Er hält was fest? Fass sonst einfach nichts mehr an. Er hält was fest! Nicht raus. Kann ich einfach raus? Kann ich einfach hochgehen? Nein, ich kann nicht hochgehen. Mann, ich will einfach wieder raus. Ich will einfach nicht hier sein. Ich will einfach... Nein, ich will auch das Ding da oben nicht holen, weil da bleibe ich hundertprozentig stecken. Im Wasser. Was ich nicht geschissen bekomme. Andererseits würde ich sie dann loswerden dadurch. Aber ich will halt... Aber ich will halt auch nicht den Charakter töten, weil dann... Ne, ich will Kalle vorhalten können, wenn er einen Charakter tötet. Ist hier noch irgendwas? Weil ich glaube, ich... Also ich finde hier gerade... Nichts mehr. Kann ich mit ihm reden? Nee. Müsste ich in diesem Raum hier noch was finden? Ah, ich habe auf Kalle gewartet, glaube ich. Wir müssen hier raus. Jetzt! Da ist sie offen. Oh Gott, Alex! Das ist ein grauer Riffhall. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Äh... Okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Äh, was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Oh. Ah. Ich... Ich... Oh Mist. Sorry, Alex. Ich habe nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia. Ernsthaft. Ja, komm. Alex, wow. Ach, komm. Das ist schon eine romantische Liebeserklärung. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia. Erst die Dekompression. Dankeschön, Michael. Ich bin an 30 Monate. Scheiße. Ich bin ganz viel Spätschmer. Alter, wir müssen da rauf. Warte. Dankeschön. 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 Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist der Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Da bist du ja wieder. Alles wieder am Lot. Hallo. Wie sie aussieht, ey. Und warum bezahlst du das Meer? Warum bezahlst du das Meer? Ein paar Fischer sind auf die Tauchleine aufgelaufen. Ach, so war das? Ja. Die waren echt sauer. Also hat Conrad mit Geld um sich geworfen und sie sind weg. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja. Das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute. Könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit. Hast du hier unter Wasser den Antrag gemacht? Ja. Läu. Komm rauf und wir feiern. Ich mag sie nicht, aber das war so eine gute Antragssache, dass ich mir dachte, okay, da kann ich jetzt nicht. Ich kann da jetzt nicht cockblocken. Ich wollte eigentlich mit Conrad knutschen, aber der ist so dumm, ich habe gar keinen Bock auf den. Hahaha. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wolle mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie... Conrad. Gegen Conrads Charme. Charme. Ich versichere Ihnen. Sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Also Scham würde ich das jetzt nicht nennen von Conrad, aber okay. Nennen wir es Scham. Der ist einfach nur dumm. Der ist einfach nur unangenehm. Aber der ist auch dumm. Ja und unangenehm. Also wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Kloppskopf... Kloppskopf? Dieser Kloppskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau. Wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weiter getrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich such ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Bin ich eher, okay. Wer bist du? Ich bin sie. Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Na, das klingt doch gut. Ich hab aufgepasst. Ich kann es kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Ich war überrascht. Weißt du, wusste nicht, was ich sagen soll. Julia, müssen wir etwas bereden? Oh, shit. Meine Güte. Alex, ich stand unter Schock, weil das Flugzeug über uns zusammengebrochen ist. Das war's. Kein Ding. Okay. Cool. Cool. Ich suche dann Brad. Und die anderen. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Äh, nein. Ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Ich weiß schon. Irgendwas magisches? Tja. Das ist unangenehm. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Ich komme mit Kindern klar. Er ist doch einfach nur... Weird. Ja. Definitiv. Romantisch. Hey, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist der denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Wirklich. Ich freue mich für euch. Ah, ich bin sie. Ich kann es noch gar nicht glauben. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Frage und dem Grund des Meeres zu stellen ist ziemlich romantisch. Du sagst, du überdenkst dein Studium. Du gingest dabei... Oh, Seenotrettung war das unter Wasser. Das war falsch. Das ist schon eine komische Metapher auf einem Boot. Wir haben eine Seenotrettung am Boden gefunden. Ja, ich weiß das schon. Okay. Wir haben eine Seenotrettung gefunden. Du laberst mich hier gerade dazwischen, Pia. Und? Mann, Mann, Mann. Wo ist der da runter? So. Weiß ich nämlich nicht, was die gesagt haben. Na ja, ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Mensch, man hat nichts. Muss ich sagen, du sollst nicht so weich sein. Ähm, ich such dann jetzt mal Julia. Und dafür hast du mir jetzt geholfen? Ich bin immer noch oben am Deck. Achso. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau, hier. Wusstest du schon, dass es die Seenotrettung ist? Ja. Erstmal eins auf. Dad mit Einschusslöchern. Ich hab ne Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Conwin. Mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt. Ihr habt zu viel. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay. Vielleicht. Ich kenn dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern. Aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Die Gruppe ist so ein Unfall, ey. Und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Grusel-Story? Alter. Ihr müsst ihre Tod respektieren. Lass mal eine Grusel-Geschichte erzählen. Das ist so ein Unfall. Ja, ich hab was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Ich weiß nicht, Brad wirkt nicht so angsteinflößend. Wisst ihr? Seid ihr da nicht so sicher? Sie ist schon ziemlich gruselig. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Dann sind wir so weird, gerade so auf hoher See, solche Momente, also auch wenn es dunkel wird. Das finde ich halt mega beängstigend. Keine Ahnung. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen hab. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebenlegen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schlurzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Boah. Können wir den einfach ins Wasser werfen? Von Conrad? Pssst. Die Frau sagt, ich wohne hier. Im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Junge! Danke schön. Nein, das schlägt mir kein Zingwohnen. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ich gut. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt ihr Ehemann war's. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Ha, ha, der Ehemann war's? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhacken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Das ist heins. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, schau. Ha, soll ich von deiner eigenen Gruselgeschichte erschrocken? Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen. Das Wetter wird schlechter. Äh, nein, 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 nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Heuer geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, man. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Die Truppe ist echt nicht sympathisch. Ich bin raus.